Hallo zusammen, ich bin Omid. Ich bin Laura. Mein Name ist Maria. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Bekleidungsgestalterin EFZ bei Lucotur. Gerne werde ich euch heute einen Einblickweisen-Berufsautag geben. Das, was mir an meinem Beruf sehr gut gefällt, ist, dass man mit Kunden zusammensitzen kann, sie individuell beraten, ihre Wünsche und Anliegen bearbeiten und nachher direkt umsetzen. Das Tolle an dieser Arbeit ist für mich, dass jeder Auftrag anders ist. Je nach Material oder Schnitt hat man immer eine andere Herausforderung. Wenn du Bekleidungsgestalterin lernen möchtest, ist es wichtig, dass du gerne mit Textilien zusammenschefst, ein gutes Vorstellungsvermögen hast, handwerklich geschickt bist und deiner Kreativität freien Lauf liest. Ein besonders toller Anlass ist jedes Jahr unser Fashion Day, der uns trotz dem grossen Stress jedes Mal näher zusammenbringt. Nach der dreijährigen Lehre hat man viele verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Wenn dir dieser Einblick bei uns gefallen hat und du dich für diesen Beruf Bekleidungsgestalter, Bekleidungsgestalterin interessierst, dann bewirb dich jetzt bei Lucotur. Bekleidungsgestalterin